Hallo liebe Freunde des Turbo Cut Races, da sind wir wieder, bereit für spannende Rennen auf dem amerikanischen Minecraft-Server hypegexel.net. Das heutige Video enthält zwei Rennen gegen die Nummer 19 des Leaderboards X1 Neo P. Im zweiten Rennen fahren auch noch die Nummer 88 Mario 3573 und 89 Cashboys und die Nummer 246 des Leaderboards mit. Bei dieser grossartigen Besetzung der Teilnehmerliste darf man auf das Resultat gespannt sein. Ich wünsche euch viel Vergnügen! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.